Zeitstaub, Zeitstaub, Zeitstaub. Oh Mann, da farmt man wie ein Verrückter, aber irgendwie die Zahl vom Zeitstaub erhöht sich nicht. So ganz im vorherigen Run habe ich jetzt eben mehr Sphärenscherben fast als Zeitstaub gefunden. Naja, nicht ganz, aber fünf Scherben sind gedroppt. Die braucht man auch, denn bald wird das Wüste der Sensen-Event starten. Und ansonsten natürlich auch voll Neumond immer. Und beim Medusa-Event, bezwinge die Unbezwingbaren, hat ja wahrscheinlich jeder seine ganzen Sphärenscherben rausgeballert. Jetzt war die Frage, wo farme ich denn den Zeitstaub? Und ich muss sagen, ich habe getestet so Q1, das Zeitritual. Dort habe ich auch Sphärenscherben gefarmt. Ist ganz nett. Q2 gefällt mir nicht so, weil diese nervigen Spinnen und so, die droppen auch nicht viel. Q3 kann man machen. Q3 erste Map und da immer rein und raus. Ansonsten, ja, wie gesagt, Bosse farmen lohnt sich leider nicht, weil das ist nicht so wie... Bei welchem Event war das, wo die Bosse immer zu 100% irgendwas gedroppt haben? Auf jeden Fall, nö, hier ist das nicht so. Jetzt zeige ich einfach mal einen Run. Ich muss noch 30 farmen, dann will ich zumindest einmal Solo reingehen und dann einmal vielleicht mit einer Gruppe. Ich war da noch nie drin. Ich will mir mal ansehen, wie herausfordernd das überhaupt ist. Also, wenn gerade niemand am Start ist, mache ich das hier Solo. Da sind meistens hier einige Gegner und die kann man dann relativ schnell schnetzeln. Noch besser wäre es, wenn erstens ich genügend Mana hätte und wenn zweitens meine Waffe schon auf Level 54 wäre, dann würde das Ganze ein bisschen schneller gehen. Genau, Schwierigkeitsgrad ganz normal irgendwie. Die höheren Schwierigkeitsgrade, da tut sich nichts. Da droppt nicht irgendwie mehr Zeit, obwohl im Infoscreen ja normalerweise geschrieben steht, dass da erhöhte Drops und so sind. Das gilt anscheinend nicht für Event-Fortschritt, also Event-Items oder ich habe mich einfach nicht verlesen, sondern ich habe einfach hier Pech gehabt, aber ich bleibe hier beim ersten Schwierigkeitsgrad. Also, den ersten Boss am Anfang nehme ich mit. Hier ist auch manchmal ein Random und danach geht es ins Ritual. Habe ich gesagt, Zeitenritual? Ich bin schon ein bisschen geschädigt von dem verlorene Zeit-Event sozusagen. Nö, aber das Ritual, das geht ganz gut ab. Da kommen einige Mobs und vor allem für mich, also ich weiß nicht, jede Klasse kann das bestimmt nicht so gut Solo machen, muss man ja auch nicht Solo, aber für mich mit der Sphäre ist das ein Traum, weil, wird man gleich sehen, warum, wenn mich die mal durchlassen würden. Dankeschön, sehr nett von euch Ritualkreis betreten. Und dann geht es los, wenn da erstmal genügend Gegner da sind, habe ich nämlich fast immer volles Mana. So, man muss nämlich nur immer vier bis fünf Mobs treffen, und dann kann ich meine Sphäre dauerspammen hier. Das ist richtig genial, solche Stellen gibt es nicht häufig in DSO. Und das muss man als Eismagier natürlich nutzen. Hier, bada boom, bada bang. Da kann man die im Prinzip dauerspammen. Und genau, so viele Gegner. Da ist dann zu hoffen, dass der Zeitstaub auch ein bisschen droppt. Aber ich kann nur sagen, relativ selten erhält man die, ähm, die fünf. Meistens ein Zeitstaub, ab und zu zwei, fünf ganz selten. Ja, und das ist schade, muss ich sagen. Das ist dezent schade. Weil, irgendwie, ich weiß nicht, das war ja auch bei den, wie heißen sie, Zuckerrüben und so, war das doch auch nicht so krass. Da hat man, da hat man ein paar mehr bekommen. Irgendwie, da hatte man Zuckerrüben ohne Ende. So viele konnte man nicht mal ausgeben. In dem gesamten Weihnachtsevent war das. Und selbst Fluchperlenfarmen war da noch ein bisschen einfacher. Hier liegen jetzt zwar einige Trophäen rum, aber ich kann nur sagen, das werden wahrscheinlich höchstens immer nur so ein bis zwei sein. Man müsste so einen Checkpots irgendwie einführen. Fünfziger, fünfziger Drops. Oder auch mal einen Zehner oder so. Aber so wie das aktuell ist, naja, egal. Also man, man, der andere Vorteil ist ja, für Leute, die einfach nur so farmen, sage ich jetzt mal, die können das Event nebenbei machen. Also die holen sich die Zugänge hier nebenbei. Die farmen, man farmt ja sowieso im Prinzip. So, man zockt ja nicht nur wegen einem Event, aber, ja. Und wenn man dann extra das Event eben machen möchte, dann sieht es dabei nicht so rosig aus. So, hat jetzt mit grünen Essenzen ein bisschen länger gedauert, aber danach, ich zähle jetzt mal mit, habe ich schon was bekommen? Genau, zwei sind vorhin gedroppt, glaube ich. Vier, fünf, sechs, sieben, acht, zehn, neun, zehn, elf. Und das war jetzt, würde ich sagen, eine gute Ausbeute. Also elf für so einen Run. Dauert ein paar Minütchen. Danach raus, Zone resetten. Und das Ganze erneut. Man hat ein bisschen Adamant bekommen. Ein paar Edelsteine, Glyphen, Gold. Ja. Aber eben, irgendwie, habe ich mich verzählt? Keine Ahnung. Aber eben relativ wenig von, von dem hier. Und wenn man, das sagen wir mal, man würde irgendwie ganz normal farmen, Bosse farmen, Momo farmen und so, dann würde das, ja, noch länger dauern, weil, weil eben diese Stelle schon sehr gut geht, verhältnismäßig. Jetzt mache ich noch einen Run, dass ich 300 habe. Und dann sehen wir mal weiter, was sich in dieser Zone so tut. Und so, wieder Down. Und im Vergleich zu vorhin, glaube ich, war das jetzt richtig mies. Also, abgesehen von dem Legi. Aber hier zwei, drei, vier. Vom gesamten Ritual. Und vorhin auch ein Teil. Das heißt, ja, das war einfach mal direkt in etwa die Hälfte. Aber da gibt es eben manchmal bessere Runs, manchmal schlechtere. Ich würde sagen, so im Schnitt sieben bis zehn bekommt man beim Ritual. Mal sind es mehr. Mal sind es ein bisschen weniger. Das heißt, ich muss noch eine Runde hier drehen. Okay, das war jetzt ein bisschen besser. Vorhin schon fünf bekommen. Und dann sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ja, also, wie gesagt, mal sieht es besser aus und mal schlechter. Jetzt kann ich da zweimal rein. Und das hat schon relativ lange gedauert. Da waren noch 50 von dem Daily Login Bonus dabei. Und, also, relativ lange ist relativ. Aber, genau. Dann kann ich zweimal rein und werde wahrscheinlich kein einziges Amulett-Rang 1 bekommen. Von daher sehr, sehr, sehr viel Farme. Das Event geht lange, aber trotzdem. Also, jetzt bin ich gespannt und werde dort mal hinschauen. King's Hill, Silberstadt, auf geht's. Ich mach's mal ohne Essenzen. Ich weiß noch nicht, was mich erwarten wird. Aber, ich glaube, man hat keinen Vorteil von irgendwelchen Verbrauchsgegenständen, wenn man jetzt mit einer Gruppe reingeht. Deshalb, ich versuch's mal solo. Mögliche Belohnungen. Hier, Rang 1 Amulett. Und, das benötigt man hier. 150 Zeitstau. Bin gespannt. Und vor allem auch, ich bin gespannt, wie viel Eventfortschritt man da erhalten wird. Also. Okay, ne kleine Arena. Hier ist Waffenruhe. Okay, nur hier am Anfang. Wow, da geht's gleich los. Ja, sag doch was, Mensch. So. Uh, die hält ein bisschen was aus. Beschwört auch Gegner. Die hält in der Tat ein bisschen was aus. Okay, sie steht nicht in der Singo drin. Muss man zu meiner Verteidigung sagen. Aber ich schätze mal, da kommen dann noch mehr von denen. Von diesen Gegnern. Oder ist das nur diese eine? Das wäre ja heftig. Man farmt sich da einen Ast ab. Und da... Wow. Und dann hat man nur diese eine Zeitmagierin. Nicht irgendwie mehr Mobs. Oder hast du nicht... Dich kann man stunnen. Alte Schwede. Die kann man stunnen. Das ist ja fein. Warum bückt sich die andauernd? Das wüsste ich auch mal gerne. Was macht die da? Okay. Nummer 1 ist down. War es das? Nein. Nein. Ich farm doch nicht 150 Zeitstoffe und das war es hier, oder? Moment mal. So, jetzt bin ich gespannt. 100 verlorene Zeit. Okay. Das heißt, immerhin noch 100 Eventfortschritt. Das ist ja auch nicht viel. Da müsste man dann, sagen wir mal, 35 mal rein. Ich glaube, es gibt auch noch mehr. 200 habe ich auf einem Screen gesehen. Hm. Und im Forum stand irgendwas von einer einstelligen Prozent-Drop-Chance. Ich dachte, da gibt es noch andere Mobs. Ist das echt alles? Das ist ja heftig. Das ist echt heftig. Hätte ich mir jetzt nicht so vorgestellt. Ich meine, wenn man viel farmt, kann man das relativ schnell dann machen. Angenommen, man hat 15.000 Staub, Zeitstaub, dann sind diese 10 Runs locker flockig erledigt. Das muss man schon sagen. Aber auf der anderen Seite, ich hätte mir da jetzt irgendwas Heftiges erwartet, so. Hm. Okay. Na gut, dann schaue ich einfach nochmal rein. Also war ja Solo jetzt nicht so die fette Herausforderung. Was bitter wäre, wenn sich jemand verklickt und dann hier. Ich hoffe, das passiert niemandem. So, diesmal als Feuerversion. Mal schauen, was da der Unterschied ist. Okay, okay, das ist der Unterschied. Nicht zu nahe dran stehen. Verdammt, ich hätte mir das Teil holen sollen. Man kann ja für Materie-Fragmente so diese Seelenwächter kaufen. Hätte ich mir 120 Antimant jetzt erspart, werde ich dann definitiv machen müssen. Aber hätte man sich doch auch denken können, Schilling, dass die hier gleich eine Explosion loslässt und mir damit feurig einheizen wird. So, davon lasse ich mich auch treffen. Ich bin ja ein Mague. Alles mal ausprobieren. Ey, wie viele denn? Das fällt mir... Ach so, das ist ihre Standardposition. Die gebückte Haltung. Was wollte ich sagen? Das fällt mir erst jetzt auf, wo der Wächter nicht da ist. Dass die ja richtig viele von diesen Sphären da losballert. Und den Wächter sogar gekillt damit. Okay, also, wer meinen Wächter killen kann, der teilt schon ordentlichen Schaden aus. Ja, also, ich denke mal, das kann man sich getrost abschminken, dieses Amulett. 150 verlorene Zeit, immerhin. Und 14 Andermann. Da habe ich wieder ein bisschen was von den 120 verlorenen Andermann-Stücken reingeholt. Und ich habe sieben. Das ist ein trauriger und deprimierender Anblick. Naja, vier Tage geht's noch. Das heißt, 200 Zeitstopp erhält man noch vor free. Ist ein Run. Sogar ein bisschen mehr. Dann, wenn man hier weitermacht, erhält man noch mal einen Run for free. Aber ich glaube, das ist Amulett auf Stufe 3. Puh, das ist heftig. Das wird heftig. Moment, eine Sache habe ich vergessen. Nämlich, mit dem Seer kann ich noch mal sprechen, denn eine Quest ist noch nicht erledigt. Mit Königin Antonia in Kingsill. Dann bekomme ich 50 Eventfortschritt, 50 Draken. Das heißt, in Summe hat man, okay, ich habe ein paar aus denen am vorn bekommen, aber ich sage mal so 230 eventuell Draken noch mal extra bekommen, weil das ist ja echt wenig und vor allem, wenn man bedenkt, wie aufwendig es ist, den Eventfortschritt zu holen und wenn man noch dazu bedenkt, wie wertlos Draken geworden sind, 18.286 Draken und ich weiß noch immer nicht, was ich mir kaufen soll. Also, dann mal ein bisschen einschmelzen, dass ich der Million näher komme und dann den 9 Millionen, sodass ich mir die Waffe auf 54 gönnen kann. Das wird demnächst passieren, darauf freue ich mich immerhin schon. So. Auf der anderen Seite, wenn man da häufiger rein könnte, das wäre auch ein bisschen zu heftig, wenn da immer oder häufig an der Mand droppt und dann es war noch so. Jo, immer lila Items und so weiter und so fort. Ab und zu dieses Amulett eben, das wäre dann heftig, müsste man sagen, aber irgendwie so ein Mittelding, keine Ahnung. Naja, also, ich muss ehrlich geschehen, ich glaube nicht, dass ich mir das Amulett holen werde. Das kann ich nicht ganz schaffen. Ich habe am Anfang, ich mache es immer am Anfang schön der Reihe nach alles sortieren und irgendwann kommt dann das Chaos bei meinen Edelsteinen und ich weiß nicht mehr, wo ich was reinsetzen soll, bin aber auch schon bald wieder komplett voll hier mit allem. Vor allem, die erste Seite ist komplett durch, also da könnte ich dann auch mal wieder craften. So. Hier ist noch was, sehr schön. Rein damit und rein damit. Ja, jetzt ist echt die Frage, was man so, was man so macht. ich probiere noch kurz, dass eventuell ist, habe ich was übersehen. Man kann ja auch in Lortag farmen, da war man ja schon länger nicht mehr, zumindest ich. Man kann bei grünen Mobs, ich überlege ganz kurz, wo könnten die meisten Mobs sein hier. Ich bilde mir ein, dass hier in Fialnirs Frostwiege immer relativ viele Mobs am Start waren. Zeitstaub, Nummer 1. Ich versuche ein bisschen so nebenbei mitzuzählen. Da war ich auch schon lange nicht mehr. Also Lortag hat mir eigentlich ganz gut gefallen, nur leider hat man wenig Anreize, außer für Achievements. Da kann man echt viel erledigen, die ganzen Bosse gibt es da und so weiter. Außer für Achievements hat man nur wenige Anreize, hier noch aktiv reinzuschauen. Irgendwie hatte ich da mehr Mobs in Erinnerung. so zweimal Zeitstaub. Also der Unterschied ist eben, dass diese Mobs viel schneller umfallen, als jetzt irgendwelche Gegner in den Zwischenwelten. Da könnte ich da könnte ich sogar einfach könnte ich irgendeine andere Skillung wählen, dass die schneller down gehen. Aber im Prinzip ja, so einen großen Unterschied wird es jetzt nicht machen. Hier farmen oder in Zwischenwelten farmen. Noch dazu finde ich, dass in Zwischenwelten bessere Drops sind. Man bekommt Materie-Fragmente, mit welchen man sich die Boss zugänge oder hier Nummer 3, 4 Zeitstaub. Jo, also geht hier auch offensichtlich natürlich bei allen würdigen Gegnern. Vielleicht gibt es da noch eine bessere Zone. Ich werde mal versuchen, so eine Runde durch Lortak zu drehen. Eventuell finde ich ja da echt eine Zone, wo ich dann sage, jo, hier kann man viel schneller farmen. Aber ich muss sagen, ich dachte echt, hier waren mehr von diesen Lortak-Kriegern auf engem Raum. Vielleicht hier die Mumien, genau. Die fallen ja schnell um. Eine Sphäre und so eine Fünfergruppe ist down. Hier wieder eine Vierergruppe. Jo, also mal schauen, mal schauen. Und wieso dann auch noch 150 als Zugang? 100 hätten doch auch gereicht. Zweimal Zeitstaub. Hier sind viele Gegner, genau. Da eventuell, beziehungsweise diese Feuerzone, die war auch nicht so schlecht. die Feuerzone, da ging es auch ein bisschen ab. Zweizeitstaub hier. Nochmal ein Zeitstaub, jetzt habe ich nicht ganz mitgezählt. Ach, ich habe es ja hier, ich kann es ja sehen. Neun Zeitstaub, also sieben hatte ich. Aber der Nachteil, was mir gerade hier so einfällt, was ich so sehe, man bekommt hier natürlich miese Items. 47, also keine 50er und das ist ein gravierender Nachteil. Angenommen, man droppt hier so ein fettes Legi, das ist dann Level 46, naja, das wäre dann auch ärgerlich. Aber so zur Abwechslung kann man auch hier mal den einen oder anderen Zugang erfarmen. Droppt ein bisschen was, zumindest mehr als ich jetzt so gedacht hätte. Welche Zonen gibt es denn da noch? Oh, Moment mal, eine Sache, die habe ich noch offen, diese Zone, aber das wäre heftig, wenn sie vergessen hätten, dort den Event-Fortschritt rauszupatchen, also die Event-Zugänge. Da werde ich gleich hinschauen. Der eine oder andere, der dort auf Level 50 gespielt hat, weiß vielleicht wovon ich spreche, von welcher Zone. So, hierfür muss man nämlich nach Yoltebittl und dann durch ein geheimnisvolles Portal reisen. das Portal, welches sich nämlich hier bei Papalotl befindet, zur Geisterkammer. Hier sind Mobs ohne Ende, da haben sie aber komplett die Loot-Table rausgenommen, die XP irgendwie richtig genervt, beziehungsweise gibt es hier überhaupt noch XP, ich weiß es nicht. Und genau, da sind Mobs, aber wie zu erwarten war also, ich glaube nicht, dass die hier Zeitstopp droppen, ansonsten, falls sie es tun, müsste ich das vielleicht sogar aus dem Video rausschneiden, denn das wäre eine zu heftige Stelle und ich möchte mir nicht anhören. Schilling, ich habe hier so toll Zeitenstaub gefarmt und wegen dir wurde das jetzt genervt. Du mieser. Genau, nö, aber hier sind, da kann man ein bisschen herumprobieren, ich habe die Quest mit Absicht nämlich nicht abgegeben, weil wenn wenn man die Quest fertig macht, hier bei Papalotl, dann kann man da nicht mehr rein und früher konnte man da tatsächlich farmen und da gab es eben Loot, echten Loot und echte XP und so, war zwar ein bisschen langweilig, ich habe sowieso nur bei Quests dann hauptsächlich gelevelt, aber genau, jo, also ich denke, ich kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass hier kein Zeitstopp droppt, wäre aber lustig, dann hätte ich vielleicht gesagt, jo, machen wir das Event, wenn hier bei diesen Mobs auch normale Drops kommen und so, aber nö, Pustekuchen, selbstverständlicherweise, genau, dann würde ich sagen, war es das mal von diesem Video, schade, zum Experimentieren hätte ich das Amulett irgendwie doch gerne gehabt, muss ich ehrlich sagen, einfach nur so ein paar Tests anstellen, wie man das nutzen kann und so, aber Satz mit X, das war wohl nix, genau, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter. Oh, Spielezwende, Oh, Das war's für heute.